Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Ja, heute blicken wir mal wieder auf Chainlink. Wurde sich wieder sehr, sehr oft gewünscht, nicht nur im Livestream, wo wir nicht immer für alles Zeit haben, aber für die meisten Altcoins. Deswegen werden wir uns heute mal Chainlink ein bisschen genauer angucken und natürlich auch ein bisschen, was können wir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten auf jeden Fall hier erwarten. Ich bin ja immer noch so ein kleiner Chainlink-Fan, also ich bin immer noch ziemlich groß investiert, habe jetzt aber auch nicht mehr nachgekauft. Wieso, weshalb, warum? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Gerne auch den Zweitkanal abonnieren. Hier geht es mittlerweile los mit Aktienanalysen und sonstigen, also schaut da gerne vorbei und wer keine Updates oder Signale mehr verpassen will, kommt gerne in die Telegram-Talk und Signalgruppe. Dort ist momentan noch unser Goldtrade am Laufen. Schauen wir mal, wie sich der entwickelt, aber wenn ihr da gerne rein wollt, Link unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal an hier, was mit Chainlink los ist. Momentan traden wir um ungefähr 6,75$. Wir haben hier auch natürlich wie überall im Kryptomarkt einen größeren Abverkauf gesehen, haben aber leider hier auf dem Daily-Time-Frame nicht unser Golden Pocket gehalten. Man sieht es hier ganz gut. Wir sind durchgefallen bis aufs 0,786er, aber hier haben wir zumindest so ein bisschen Hoffnung. Warum? Weil wir hier damals, so wann waren das, im Dezember, hatten wir hier so eine kleine Konsolidierungsphase, sind nicht drüber gekommen, haben keinen Impuls bekommen, dann ging wieder der Abverkauf los und sind dann hier nach oben und haben unseren kleinen Abtrend gestartet. So, und genau an dieser Stelle haben wir Support gefunden am 0,786er. Wir hatten wichtig, kein Daily-Close unter diesem 0,786er. Das ist zumindest schon mal ein kleiner Step für den bullischen Schritt. Trotzdem sollten wir das nach jetzigen Standort nicht wirklich überbewerten. Denn, um hier wirklich wieder bullisch zu werden, schauen wir uns jetzt mal das kleine Golden Pocket an, und zwar von diesem letzten Abverkauf jetzt. Dort gilt es auf jeden Fall, den Bereich zwischen 7,40 bis 7,60 nach oben hin zu durchbrechen. Werden wir hier einfach wieder rejected. Momentan haben wir noch Luft. Wir haben auch, was den Daily Errors angeht, noch Luft. Werden wir hier oben jedoch rejected, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir doch nochmal runtergehen in den Bereich der 5,30. Das ist jetzt erstmal ein bisschen kurzfristig. Kriegen wir hier drüber wirklich wieder Support rein oder beziehungsweise einen impulsiven Move nach oben. Dafür brauchen wir aber natürlich auch ein bisschen mehr Volumen, weil ihr seht es hier, wir sind hier auf dem Binance-Chart und hier ist überhaupt kein Volumen momentan drin. Also es gefällt mir momentan nicht wirklich. Klar, die Reaktion war schön aus dem 0,786er, aber so wirklich überzeugend ist es noch nicht. Könnte natürlich auch daran liegen, wir sind momentan hier in so einem kleinen Daily-Widerstand angereicht, wo wir schon die erste Rejection gesehen haben. Aber sollten wir jetzt hier drüber kommen, ist es echt entscheidend, mehr Volumen reinzukriegen und hier wirklich schön Abtrend in den Modus hier reinzubekommen, um ins Golden Pocket reinzulaufen. Jetzt blicken wir aber ganz kurz auf den 4-Stunden-Timefilm, wie sieht es da aus. Da sehen wir, okay, wir hatten unsere erste Aufwärtsbewegung, den zweiten Impuls und jetzt schon den dritten mit einem höheren Hoch und gleichzeitig einer schönen 4-Stunden-Volumen-Kerze. Also das ist schon mal der erste Step, was wichtig war. Aber, und jetzt gehen wir mal in den kleineren Timefilms, in den noch kleineren 1-Stunden-Timefilm, da seht ihr, wir haben jetzt einen riesen Wig hier in diesem Bereich hinterlassen. Das spricht für mich jetzt erstmal dafür, dass hier oben eine Menge Liquidität ist. Und ihr könnt euch gerade nochmal an diese große grüne Box hier bei den knapp 7 Dollar erinnern. Hier liegt unsere Daily Demand Zone und wenn wir die sogar noch ein bisschen weiter rüberziehen, seht ihr auch, hier ist eine Menge Widerstand bzw. auch ehemaliger Support vorzufinden. Das heißt, die Chance, dass wir hier oben rejected werden und hier einfach nur diesen Wig hier holen mit der Liquidität, die da drüber liegt, ist sehr, sehr groß. Das heißt, wir haben hier grundsätzlich eine kleine Short-Opportunity, hier oben reinzugehen. Und sollte die Stundencandle hier drunter schließen und einfach nur die Liquidität abfischen, dann gehe ich ganz, ganz stark davon aus, dass wir hier erstmal eine Rejection sehen und zumindest versuchen, hier in diesem Bereich der 6,50 Dollar wieder reinzugehen. Hier unten wartet eine 1-Stunden-Demand-Zone auf uns, also eine kleine Support-Zone, die dann erst einmal halten könnte. Aber diese Wigs mit so viel Volumen ist meistens kein gutes Zeichen, denn diese werden geholt einerseits. Und wenn wir Pech haben und drunter schließen, ist es ein bearishes Zeichen für uns und wir können möglicherweise hier in Short-Trade eingehen. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, wie es es prozentual bedeuten würde. Wir würden den Stop-Loss über das Hoch hier drüben legen. Wir sehen auch hier, wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit gucken, hier ist kein wirkliches Volumencluster mehr. Das Einzige, was wir hier noch haben, ist die Ineffizienz. Die würde aber hier oben bei den 7,20 Dollar liegen. Wäre zu viel, was das Risk-Management anbelangt. Deswegen würde ich sagen, wir würden hier den Stop-Loss in Richtung 7,037 auf jeden Fall reinlegen. Ist ein normales Setup mit 1,7% Risk und dann erstmal den Weg nach unten in Baden, zumindest hier in die Region zwischen 6,50 Dollar und 6,40 Dollar. Das wäre der erste Step nach jetzigem Stand. Wir müssen aber, um wirklich bullisch zu werden, hier drüber kommen, einen weiteren schönen, impulsiven Move kriegen. Und vor allem möchte ich steigendes Handelsvolumen sehen, weil das momentan, diesen Abtrend, den wir gebildet haben, der sieht nicht wirklich stark aus. Man sieht es auch hier, schöner Move nach oben, Volumen absolut abgekackt. Nur diese eine 1-Stunden-Candle und halt dieses kleine Volt, was wir eben gebildet haben, hatte ein bisschen mehr Volumen. Aber das ist nicht wirklich bullisch. Da muss man immer ein bisschen differenzieren. Zwar abtrend, aber ohne steigendes Volumen ist immer so ein bisschen kleine Falle, die hier gebildet werden kann. So, jetzt habe ich aber am Anfang des Videos gesagt, ich habe noch keine Chainlink mehr akkumuliert. Warum? Weil es momentan einfach nichts Neues gibt, was zumindest die größeren Timeframes anbelangt. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, Chainlink haben wir hier seit Monaten immer in dieser Range zwischen 5,40$ und 9,20$ getradet, gekauft oder verkauft. Und diese Range gilt seit Mai 2022. Deswegen habe ich jetzt hier erstmal ein bisschen Pause gemacht, warte jetzt erstmal, sollten wir noch einmal hier unten in diesen Bereich der 5,80$ kommen, dann werde ich nochmal akkumulieren. Ansonsten warte ich jetzt erstmal ab, aber zielen. Und ich bin immer noch sehr, sehr bullisch, was Chainlink anbelangt. Für den nächsten Bullrun ist auf jeden Fall ein neues All-Time-High, wenn nicht sogar. Und da kommt jetzt unser geliebtes FIP-Level zum Einsatz. Und immer mal in Richtung 1,618er stielen, wäre mein Ziel hier ungefähr bei 83 bis 82 US-Dollar nach dem ersten 1,618er. Man kann das Ganze ein bisschen überspinnen. Normalerweise werden in einem Bullrun immer so das 3,618er oder 2,618er. Davon gehe ich jetzt momentan erstmal nicht aus. Aber wenn wir jetzt nach jetzigen Stand nur das 1,618er erreichen werden, wären das 1,200%, was hier möglich sind mit Chainlink. Und ich kann mir ganz ehrlich vorstellen, Chainlink wird groß werden im Bullrun. Aber wie gesagt, ich warte jetzt erstmal hier mit weiteren Investitionen, einfach um so ein bisschen auch das Marktgefühl wieder ein bisschen zu bekommen. Weil wie gesagt, wir sind in einer Bankenkrise. Die FED weiß nicht so wirklich, was sie machen sollen. Heute kommen die CPI-Daten auch noch raus. Also es kommt heute schon eine Menge noch rein. Und das wird auf jeden Fall weiterhin spannend werden. Wenn ihr noch eine Börse sucht und noch nicht wisst, wo ihr traden sollt oder wo ihr zum Beispiel Chainlink kaufen sollt, kann ich euch meinen Partner BingX empfehlen. Link unten in der Videobeschreibung. Ein bisschen Werbung darf auch mal sein. Damit unterstützt ihr mich und natürlich auch den Content. Gut, und damit würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wenn ihr noch irgendwelche Altcoin-Münsche habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein. Ich bin da echt offen für jeglichen Altcoin. Also scheut euch nicht, schreibt unten in die Kommentare rein. Und dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.